Eine Seite kann beschränkt werden, sodass sie nur für spezifische Nutzer einzusehen ist. Um eine Seite, die schon veröffentlicht ist, zu beschränken, gehen Sie im Ansichtsmodus der Seite auf die drei grauen Punkte im Menü und wählen Beschränkungen aus. Hier im Beschränkungen-Dialog wählen Sie entweder Keine Beschränkungen, Bearbeiten eingeschränkt oder Anzeigen und Bearbeiten eingeschränkt aus. Hier geben Sie den Nutzernamen ein und wählen aus, wie dieser beschränkt werden soll. Dann klicken Sie auf Übernehmen. Um eine Seite direkt während der Erstellung und noch vor Ihrer Veröffentlichung zu beschränken, können Sie auf das kleine Schloss über dem Titel der Seite klicken, um den Beschränkungen-Dialog aufzurufen.